Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Aufnahme von Tavernmanager Simulator. Ja, heute geht es natürlich los mit diesem Spiel. Gestern habe ich es leider nicht geschafft, das Spiel aufzunehmen. Zeitmäßig keine Zeit gehabt. Und heute geht es los mit Tavernmanager Simulator. Und das täglich um 8 Uhr morgens auf meinem Kanal. So, klicken auf neues Spiel. Und ich bin gespannt, wie das Spiel so ist. Endlich bin ich angekommen. Öffne die Türen der Taverne. Ja, ich komme. Das ist unsere Taverne. Erstmal von außen bestaunen. Das hier sieht gut aus als Taverne. Also Konkurrenten haben wir nicht. Ein bisschen schade. Warum ist das da hinten so abgesperrt? Und warum spawnen die Leute da hinten? Ich weiß nicht. So, ähm, ja. Ich würde mir erstmal hier außen ein bisschen, ne, begutachten. Staunen. Äh, okay. Mhm, mhm. Ja, sieht gut aus, ne? Wunderbare, wunderschöne. Und hier kann man dann, äh, Holz hacken. Genau. Und hier kommt das Holz rein. Mhm. Oh, ich kann hier reingehen. Aber zuerst muss ich die Bretter, was? Entfernen. Ach so. Ja, später. Okay, wir haben uns ein bisschen umgeschaut, ne? Sieht sehr schön aus. Auch, äh, ja. Super. Gefällt mir. So, verwenden. Gesperrt. Ich muss von der anderen Seite schauen. Was? Wie? Gesperrt. Oh, die Tür auf. Ist meine Taverne. Okay, ähm. Muss ich wohl doch hier hin, wo wir gerade waren. Wir haben sogar einen Brunnen. Ah, nee. Ich sehe schon. Da hinten ist Garten. Oh, wie geil. So. Finden Sie den Eingang. Okay. Okay. Ich soll das hier, äh, ah. Sonst komme ich nicht rein. Ist unsere Taverne, ne? Und soll geschlossen sein. Toll. Wow. Super, ich bin drin. Jetzt muss ich mich umschauen und herausfinden, wie ich die Eingangstür öffne. Ah. Ach, du Scheiße. Es sieht so aus, als hätte es hier einmal eine Küche gegeben. Ja. Okay. Sieht sehr cool aus. Ah, hier. Entfern mal den Dreck. Ja. Tolle Aussicht. Ja, finde ich auch. So, räumen Sie die Taverne zu 50% auf. Okay, wir sollten hier vorne zuerst anfangen. Reinigung der Taverne. Halten Sie die Taverne sauber und beseitigen Sie den Schmutz rechtzeitig. Einige Kunden könnten unzufrieden sein und sogar abwandern. Mhm. Sie können kleine Rückstände entfernen, indem Sie mit der linken Maustaste draufklicken. Aha. Haben wir auch gerade getan, ne? Reinigung der Taverne. Flecken auf dem Boden können mit einem Mob gereinigt werden. Öffnen Sie das Werkzeugmenü, indem Sie die Tab-Taste gedrückt halten und den Mob auswählen. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, um den Bohnen zu wischen, um das Werkzeug zu entfernen. Ja. Nun ja. Sehr viel Dreck. Da geht nix. Okay. Mob. Ich mob dich auch gleich. Ist nix mit Mob. Also die großen Sachen gehen irgendwie nicht weg. Aber man muss suchen, ne? Braucht er es jetzt nicht? Was? Oh. Cool. Also erstmal aufrunden, ne? Muss ich hier rauspicken, oder was? Nee. Nein. Falsche Taste. Wie werde ich den großen Schund los? Steht hier nur so, ne? Inventar ist voll. Schmutz mit V. Ah. Okay. Ja. Da wollen wir den Schmutz weg, ne? Den Schmutz. Denk ich schön. Ich will Hinweis. Äh. Sehr schön. Schmuck weg. Schmuck weg. Schmuckli schmuck. Schauen sie sich noch einmal in der Halle um. Warum? Aber diese großen Haufen alten Milz können einfach nicht bewegt werden. Vielleicht hat die Taverne etwas. Weißt du? Warte mal. Kann man nicht hier die Spinnen wegen weg machen, ne? Äh. Oh. Sehr schön. Ach, das sind Tische. Äh, Quatsch. Tische. Äh, Dingens. Oh, hier ist noch was. Neue Aufgabe. Verstecken sie Müllhaufen. Was für Müllhaufen? Ach so. Diese Müllhaufen. Ah. Oha. Okay. Warum sollte ich das verstecken? Jetzt ist es hier nicht mehr so dreckig. Es ist Zeit für mich, meinen Papierkram zu erledigen. Also Papierkram. Hä? Oh. Wie geil. Sieht so aus, als hätte er der Besitzer hier sein Geschäft betrieben. Oh, ja. Oh. Einkauf von Ressourcen. Das ist hier. Äh, Quatsch. Dies ist hier Tavernenmanagement. Schreibtisch. Sie benötigen es, um die Taverne zu verwalten. Füllen sie Ressourcen auf. Kaufen sie Möbel und Dekorationen. Aha. Einkauf von Ressourcen. Bestellen sie benötigen Ressourcen im Bereich Ressourcen. Ja, wow. Einkauf von Ressourcen. Äh, um sie in den Warenkorb zu legen, klicken sie auf Schaltfläche plus unterhalb, äh, unterhalb der Ressource. Anschließend drücken sie den Button Lieferung. Mhm. Okay. Ach, hier. Das hier bestimmt. Und dann Ressourcen. Steht nicht, wie oft. Oh, fünfmal, ne? Warte auf die Lieferanten mit dem Waren. Was? Nachdem sie eine Bestellung aufgegeben haben, warten sie, bis der Warenkorb mit den Ressourcen eintrifft. Erhalten sie die Ressource, indem sie mit der linken Maustaste oder Mausbutton darauf klicken. Alle Ressourcen werden automatisch in den Sack gelegt. Mhm. Bringen sie die Ressourcenbeutel zum Lager. Ressourcen erscheinen automatisch am gewünschten Arbeitsplatz. Beiden sie die Ressource im Auge und füllen sie die Vorräte rechtzeitig auf. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Das ist geil. Oh, hier sind auch Spinnenwehen. Hä? Wo sollen die Ressourcen denn wandern? Schöner was? Oh, wie geil. Da ist ja jemand. Oh, wie geil. Ähm. Oh. Cool. Dankeschön. Wehren sie mich bald wieder. Neue Aufgabe. Neue Aufgabe. Reparieren sie das Schild. Was? Ich muss mal putzen. Was ist los mit denen? Oh. 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 Was ist das denn? Käse. Katze. Oh, wir machen da Katze draus. Oh, wie geil ist das denn? Oh, die Schilder hier fallen mir richtig gut. Hier. Hier. Gepatch. Kobold. Oh. Namen ändern? Oh, ja. Das geht auch. So. Äh. So. Passt. Sehr schön. Ähm. Wieso nur auf die Seite? Du musst doch gedreht sein. Eröffne und schließe Taverne. Öffnen sie ihre Taverne, damit Kunden eintreten können. Äh. Drehen sie dazu die Säule an dem Schild drehen. Äh. Nähern sie sich der Säule und drehen sie linke Mausbutton. Sie können das Vorzeichen jederzeit ändern. Mhm. Zum Beispiel um Geschäfte in der Taverne zu erledigen, ohne von Kunden abgelenkt zu werden. Achso. Nö. Mache ich jetzt nicht. Ich werde erstmal folgendes machen. Erstmal sauber machen, bevor ich hier irgendwas öffne. Äh. Ach. Das hier ist sauber. Komischerweise. Äh. Komischerweise. Das hier ist sauber. Äh. 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 Ich mach erstmal hier drinnen überall sauber, ne? Bevor wir irgendwas öffnen. Ist mir sehr wichtig. Äh. 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 So geht das nicht. Äh. 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 Wollen wir mal öffnen den Laden. Juck die Nase. Also wir haben hier fünf. Okay. Gut. Jetzt können wir den Laden öffnen. Äh. Äh. Jetzt ist mir egal. Ähm. Kommen sie. Kommen sie. Kommen sie. Großartig. Jetzt ist meine Taverne geöffnet. Und die Kunden werden bald eintreffen. Wir haben aber keinen Tisch hier, ne? Keinen Sitztisch. Ja. Okay. Muss erst mal Geld verdienen, ne? Einen Drink zubereiten. Klicken sie mit der linken Maustaste auf den Arbeitsplatz. und mit der Einstellung, ne Erstellung einer Bestellung zu beginnen. Äh. Halten sie die linke Maustaste gedrückt, um die Tasse einzuschenken. Lassen die linke Maustaste los, wenn sie sich die Pfeile im gelben oder grünen Bereich befinden. Äh. Wenn sie das Getränk verschütten, vergessen sie nicht aufzuräumen. Rufen sie die Bestellung vom Strand, äh Stand ab. Strand. Indem sie mit der linken Maustaste auf die Bestellung klicken. Servieren sie die Bestellung dem Kunden, indem sie mit der linken Maustaste auf den Tisch des Kunden klicken. Bemühen sie sich, um qualitativ hochwertig Bestellungen um Trinkgelder zu erhalten. Ja. Soll ich jetzt hier anfangen, oder was? Soll ich schon machen? Schaue ich jetzt mal gucken? Also. Zurück. Ich knowledgeable. Erstmal zwei. Weil ich nicht weiss, ähh ne. Ist überhaupt jemand? Ja, da kommt der erste Kunde. Ja, wuhu. Ich liebe es. Das ist der erste Kunde. Kommen Sie. Ich kann servieren. Sie wollen Bier? Ich habe Bier. Sie mögen Bier? Ich habe Bier. Sie wollen Bier? Ich habe Bier. Oh, ein Bier. Oh, Lord, ich brauche einen Drink. Ja, bitteschön. Lassen Sie es sich schmecken. Aber bitte nicht, ähm... Ja, hinkotzen. Du sollst hier nicht rumröpsen, du Schwein. Spockst dich weg, Junge. Wollen wir überhaupt boxen? Geht das? Mit Fäuste? Nö. Alles gut? Ist das Bier gut? Nicht? Okay. Bier, scheiße. Oder was? Oh, jetzt röpsst er hier und auch rum. Das Schweinchen. Zwei Plätze sind noch. Danke und goodbye. Ja, ich danke Ihnen auch. Hallo, jemand? Um Geld zu verdienen, muss man Gäste verdienen. Ist klar, ne? Sie können die notwendigen Bestellungen an verschiedenen Arbeitsplätzen vorbereiten. Vergessen Sie nicht, den Tisch nach dem Kunden abzuräumen. Ja. Einen Moment, einen Moment, Ma'am. Hier. Wollen Sie noch die Kotz haben? Na, bestimmt nicht. Ich glaube nicht. Ähm, hier. Hä? Mach mal doch hier hin. Hä? Hä? Wie soll ich denn das... Äh. Hilfe. Bedienen Sie drei Kunden. Ja, mit ekelhaften... Äh. Okay. Verbinden. Oh, Perfektikor. Ey. Schmutz auf dem Tisch. Manchmal hinterlassen Kunden Schmutz. Trinken Sie auf dem Tisch. Ja. Oh, fuck. Na, super. Oh, äh, ja. Jetzt kann ich doch keiner entbieten. Oh, Gott. Ich würde mich gar nicht. Oh, sehr schön. Wunderbar. Äh. Äh. Wie mal den Schmutz da unten weg? Ach, stimmt. Mit zwei. So. Was? Ich weiß nicht, ob es Ihnen schmeckt. Oh, mein Gott. Ich glaube, wir haben gleich Kotz auf dem Boden. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Allischen. Sie wollen Bier? Sie kriegen Bier. Hier bin ich schön. Ich wünsche Ihnen was. Ja, danke. Es gibt nicht. Ich werde den Scheißen nie los aus dem Tisch. Dankeschön. Ja, wow. Ich werde den Dreck nie los. Warte mal, da fehlt doch Wasser, ne? Oh, da fehlt Wasser. Bestimmt noch später erklärt. Bin mir nicht sicher. Ah, du hast noch ein Bier. Was? Oh, I'm so thirsty. Ja, ich komme. Einen Moment. Ich... Ich komme sofort. Naja. Übung macht ein Meister, ne? Kein Platz auf dem Tablett. Ja, schön. Das ist, äh... Oh, Wasser wird beim Spüren benutzt, schmutzigen Geschirr und zum Kochen vom Geschirr benötigt. Um in einem Eimer Wasser zu bekommen, braucht man einen Brunnen. Oh, schön. Halten Sie den Brunnengriff mit der linken Maustaste fest. Drücken Sie den Brunnengriff, um den Eimer anzuheben. Ja. Wenn Sie auch viel früher sagen können, ne? Denn... Hier. Was? Ach, muss ich selber drehen? Oh, wie cool. Dankeschön. Oh, geil. Ich komme... Schmutziges Geschirr. Wenn Ihnen die Gerichte ausgehen, können Sie an... Keine neue Bestellung erstellen. Behalten Sie die Menge an sauberem Geschirr im Auge und spülen Sie regelmäßig schmutziges Geschirr. Halten Sie die linke Maustaste auf der Schüssel gedrückt, um sie ins Wasser zu stellen. Bewegen Sie die Maus, um den Schmutz im Wasser abzuspülen. Ah, später. Erst mal muss ich hier jemanden... Die haben Durst. Ich habe leider kein Bier mehr. Ich muss noch Bier bestellen. Sie wird abhauen. Weiß ich jetzt schon. So, äh... Wir brauchen mehr Bestellung an Bierchen. Machen wir mal zehn Stück. Wird, denke ich, mal reichen. So, in der Zeit warten wir. Ich habe kein Bier. Bier ist alle. Es tut mir leid. Bier ist alle. Wir müssen den Laden schließen. Uns wird jetzt hier noch zum Chaos führen. Dankeschön. Da kommt der. Ja, 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 ja. Geben Sie mal her. Dankeschön. Auf Wiedersehen. So, da rein. Jetzt können wir wieder Bier ausschenken. Entschuldigung, dass sie warten mussten, denn ich musste erst mal Bestellung aufgehen. So, ähm... Geschuhe. So, ne? Irgendwie. Keine Ahnung. Okay. Sehr schön. Sollen wir den Laden wieder öffnen, ne? Oh, Wasser geht aber auch dadurch alle. Ruf. Bedienen Sie Kunden, um sich einen guten Ruf zu verschaffen. Um die Taverne zu entwickeln, braucht man einen guten Ruf. So, je mehr Kunden Sie bedienen, desto bekannter wird Ihr Taverne. Bemühen Sie sich, Aufträge von angemessener Qualität zu erstellen. Die Qualität der Bestellung beeinflusst den Ruf, den Sie erlangen. Für eine perfekte Bestellung erhalten Sie auch Trinkgeld. Für eine minderwertige Bestellung verlieren Sie jedoch Ihren Ruf. Schade. Okay, dann sollte ich mal den Laden wieder öffnen, ne? Mal den hier... So. Wieder auf. Schmutziges Tisch. Ich komme. Jo, danke schön. Vielen Dank. Ah, ist das schön. Können eigentlich nur ein paar Getränke... Ne? Machen. Nachts gibt es weniger Wirtshausbesucher. Wenn Sie möchten, können Sie die Taverne schließen und bis zum Morgen ins Bett gehen. Oder genießen Sie eine ruhige Zeit, benutzen Sie ein Bett in Ihrem Zimmer. Ja. Ja, okay, dann können wir den Laden ja schließen. Ich habe den auch gar nicht wieder geöffnet, ne? Ist kein Problem. Kann man hier auch die Tür schließen? Ne, ne? Die Tür kann man nicht schließen. Angst vor Einbrecher. Das ist nicht so geil. So, und dann wasche ich den Rest noch ab. Ähm. Das war alles? Okay. Ja, wir sollten vielleicht noch mehr Bestellungen machen, ne? Sicher, sicher. Ja. Desto mehr Bier, desto besser. Warum darf man hier keine... Türen schließen? Das geht ja doch. Verwenden? Oh, Darlehen. Mit einem Kobold. Ja, schüss. Okay, wir gehen doch ins Bettchen, oder? Da ist ein alter Spiegel. Brauchen wir nicht. Wir gehen schlafen. Ja, komm. Time for bed. Ein neuer Tag. Ein neuer Tag beginnt. Und wir sind wieder startklar. Für weitere Bierverkäufe. Wir müssen natürlich mehr Bier kaufen. Wo ist nochmal... Ja, wieso renne ich immer raus? Hier. Wir müssen sowieso, äh... Mehr Lieferung machen. Irgendwann können wir auch verbessern. Mülleimer. 25. Ja, das machen wir schnell. Hui! Wir haben einen Mülleimer. Wow! Das ist der geilste Upgrade des Jahrhunderts. Ich liebe es jetzt schon. Jetzt können Sie schlecht zubereite Gerichte wegwerfen. So, dass Sie nicht Ihren Kunden servieren müssen und Ihren Beruf wahren. Gehen Sie zum Mülleimer und halten Sie die linke Maustaste gedrillt. Ja, geil. Dankeschön. Uh! So, verbessern weiter. Geht das nur noch weiter? Ja, erst wenn wir 50 haben. So, ähm... Möbel kommt später. Ressourcen. Äh... 25. Ja, komm. Das wollen wir noch ankommen. So, dann machen wir den Laden wieder auf. So, jetzt können Kunden wieder reinkommen. Finde ich sehr gut. Hier kann man nichts machen, ne? Man darf hier nichts weiter aufräumen. Oder wie? Kommt ein bisschen später noch. Erstmal Kunden bedienen hier. Komm, wir zapfen uns schon mal welche ab. Sehr schön. Sechste kann man schon mal... Oh, die erste schon, oder? Ja! Bitteschön. Dankeschön. So, Bestellung holen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir hier nur noch stehen und warten, bis, äh... mehr Kunden hier eintreffen. Wir müssen noch 50 Thaler sammeln. Jo. Wir haben jetzt sechs perfekte Bier. Finde ich gut. Ah, da kommt der erste Nächste Kunde. Jep. Dankeschön. Neues Level erreicht. Wuhu. Läuft. Huch. Wenn Sie eine neue Ruchstufe erreichen, können Sie Taverne aufwerten, wenn Sie genug Geld haben. Und alle Bedingungen erfüllt. Durch Upgraden wird der Zugriff auf neue Inhalte freigestellt. Zum Beispiel neuer Raum, Arbeitsplatz, Dekoration, Möbel. Einige Upgrades können Ihre Produktivität steigern. Ja, das machen wir später, ne? Also, wenn wir soweit sind. Jetzt noch nicht. Jetzt passt. Hörst du rülpsen, du Schwein. Es gibt Leute, die rülpsen ein einzelnes Gesicht. Das sind einfach nur Dreckschweine. Voll widerlich. Würde ich jetzt hier, ne, machen, dann wäre es ja okay, ne? Also... Thank you and goodbye. Ja, ich danke Ihnen auch. Wiedersehen. So. Hallo. Was möchten Sie? Ein Bier? Bitteschön. Ja. Wohl bekommts. Na, wohl bekommts. Ich würde auch gerne, aber ich darf nicht. Hm? Um einen zu nehmen. Ja. Schon wäre es, um einen zu heben. Wir müssen erst mal Geld dran bekommen, ne? Durch Bier. Unsere Lade ja nix. Bitteschön. Bitteschön, Darling. Ab Wiedersehen. Machen Sie es gut, Darling. Da kommen die nächsten Kunden. Müssen gleich abwaschen. Ich habe auf Sie gewartet, Sie Doppelgänger. Möchten Sie ein Bier? Hab ich. Bitteschön. Danke. Oh, echt. Jetzt bist du alle Drecksau. Boah, ey. Ich habe vieles, ne? Schon mitbekommen, aber das ist unter aller Sachen. Ja, und bitte rüpfst Sie jemand anderes an. Sie Perversling. Ist ja voll widerlich. Halt's. So, müssen wir hier ein bisschen abwaschen. Ah, komm. Nein, ich erweite jetzt nicht. Ich muss abwaschen. So. Ja, ich danke Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Ah, Neuling. Booze, hier, jetzt. Ja, ja, hier. Nimm. Nimm dein Bier. Und halt dein Mund. So, müssen wir ein paar Biere vorbereiten, ne? Wir haben noch sieben, sieben Biere. Müssen wir noch ein paar Biere vorbestellen. Und nein, ich werde nicht aufwerten. Das ist der schlimmste Fehler, was man jetzt machen kann. Wir brauchen mehr Bier. Das ist wichtiger. So. Jetzt unterwegs. Finde ich gut. Und mehr Bier vorbereiten. Sehr schön. Einen Moment, Ma'am. Ich bin gleich soweit. Immer diese Ungedulden. Dankeschön. Ja, bitte. Haben Sie was gesagt? Kann ich nicht einfach da abstellen? Ne. Bitteschön. Ich denke mal, das reicht am Biervorbereitung. Achso, wir müssen ja noch Bestellungen entgegennehmen. Sehr wichtig. Blink, Schüss. Ja, ich bin noch da. Nun stressen Sie mich doch nicht. Dankeschön. Nicht mal bedankt hier. Wegen Bier. Sauerei. Ach ja. Sowas lobe ich mir. Danke und goodbye. Mhm. So. Ich weiß, Sie wollen Bier. Bitteschön. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ja, ich danke Ihnen für die Bezahlung. Sie saufen noch. Äh, trinken noch. Sie saufen. Sie saufen noch. So, abwaschen. Wir müssen noch ein paar Biere wieder vorbereiten. Ist ja ja nicht so einfach, ne? Als wenn immer mehr Kunden kommen. Das Lustigste ist, äh, wenn der Laden voll ist, äh, dann wird's richtig ätzend. So. So. Sie wollen einmal. So. So. Prost, mein Herr. Ja. Danke. Aber putze ich doch gerne. Dann hören Sie auf zu röpsen. Da machen ja alle Leute mit. Sehr ekelhaft. So, mehr Biervorbereitung. Müssen wir jetzt. Müssen wir jetzt. Sehr schön. Sehr schön. Ja, okay. Einen Moment. Ich komme. Bitteschön. Thank you and goodbye. Ja. Ja. Äh, wehe. Sie röpsen hier nochmal. Müssen auf aufpassen, ne? Dass ich sag, dass du zu viel Bier herstellt. Hm. Also, ne? Machen. Jetzt haben wir hier echt Probleme. Gut. Wir haben jetzt, äh, 125 Talerchen. Wir könnten noch einmal Bier bestellen. Einmal zehnmal. Und dann aufwerten. Eventuell. Vielleicht. Erstmal hier den Herrn bedienen. Bitteschön. Sie kriegen ein schlechtes Bier, weil sie scheiße sind. Nein, Quatsch. Wir können einmal verbessern. Machen wir auch. Zack. Woo. First step to glory. Wir haben einen freien Platz. Für Tisch. Sehr schön. Ja. Ich komme. Ein kleiner Moment. Ja. Beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich. Ich muss noch den Tisch hier abbildern. Ähm. Hallo? Okay. Möbel. Um mehr Kunden zu bedienen, kaufen und platzieren die Möbel in der Taverne. Bestellte Möbel kommen als Ressourcen auf eine Einkaufswagen zu Ihnen. Die Möbel erscheinen in Ihrem Inventar. Wenn Sie sie ins Lager bringen. Schwein. Öffnen Sie Ihr Inventar Tab I und oder I und wählen Sie die Möbel aus, die Sie platzieren möchten. Platzieren Sie es an einem geeigneten Platz für Möbel. Wenn ein Unternehmen Sie zu Ihnen kommt, möchte es an einem separaten Tisch sitzen. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Schreibtisch haben. Ein paar benötigen Sie einen Tisch für zwei Personen. Drei bis vier Personen benötigen Sie einen Tisch für vier Personen. In die Bar gehen nur Singles. Ein Trinkgeld, du Arsch. Jep. Ja, ja, ja. Und Trinkgeld gibt es nur für perfektes Bier, wa? Ja, okay. Kann man machen. So, äh, wir brauchen mehr Bier. Ja. Machen Sie es auch gut. Auch gut. Jep. Nice. So, ich soll Möbel kaufen, sagt das Spiel. Ja, Bier kommt sofort. Einmal noch. Der war scheiße. Sorry. Ach du meine Güte. Ja, Bier kommt sofort. Na, gib mir das Bier. Ein bisschen schlechter geworden. Sorry. Ach du meine Güte. Der Stress ist schon vorprogrammiert. Haben wir hier irgendwas? Oh nein. Jep, 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 jep. Danke. Hörst du lachen. Bin auch nur ein Mensch. So, jetzt können wir den Laden schließen. Schon dunkel. Nö. Nö. Ich hab grad zugemacht. Gehen Sie wieder. Ich hab keine Tassen. Da lacht er dreckig. Dieser Hundesohn. Ja, ich komm gleich. Ah, ja doch. Ich komm ja schon. Dafür gibt's ein schlechtes Bier. Bier. Ein besseres gibt's nicht. Da lacht die Una frisch. So. Wir sind hier am Putzen, am Stieseln und Machen und Tun. Äh. Hä? Da ist doch noch... Ach so, Wasser. Ups. Ah, Bestellung. Ups. Mein Gott, das kann doch noch was werden in Zukunft. Ihh. Der scheißt hier hin, die Sau. Geht nie weg. Doch. Geht nicht. Ja. So, Eimer. Voll scheiße. Jetzt müssen wir den Rest noch abwaschen. Oh mein Gott. Warte mal. Sie wartet noch, ne? Oder? Ne, sie ist schon weg. Sehr schön. Ach, Gott sei Dank. Endlich zu, der Laden. Man ist echt zufrieden, wenn der Laden zu ist. Und alle Kunden sind bedient. Wir müssen auch langsam Feierabend machen. Aber wir haben es, äh, zumindest für den Anfang sehr weit geschafft. Oder, was sagt ihr dazu? Schreibt es mir doch gerne in den Kommentaren. So. Wie mündet ihn noch, ähm, ein Möbelstück? Äh, Möbel. Genau. Nur einen kleinen Tisch? Wieso nur? Egal. Das Spiel sagt, ich soll es kaufen. Dann kaufe ich das. Dann warten wir diesen kleinen Moment noch ab. Ist hier überhaupt Licht in der Bude? Ja, ne? Ja. Hm, wir sollten vielleicht noch mehr Bier bestellen. Theoretisch. Das machen wir morgen. So, ich habe schon auf sie gewartet. Die ganze Nacht. Wer hätte es gedacht? Ich danke ihnen. Vielen Dank. So, jetzt kann ich das Möbelstück kauf, äh, bauen. Hier, ne? Inventar. Äh, Möbel. Platzieren. Sieht ein bisschen unspektakulär aus. Äh. So viel Platz lassen wie möglich. Also nicht so viel Platz lassen. Nur den Zweiertisch. Also ernsthaft. Diesen kleinen Mini-Eiertisch. Was ist das denn hier? Es steht ihnen frei, die Wände zu dekorieren. Wände, Bohnen, Tische. Bestellen sie Dekorationen im Sonderbereich. Wirtshaus, Verwaltungstisch. Äh, öffnen sie Inventar. I oder... Ja, äh. Und wählen sie das Deko aus, das sie platzieren möchten. Im Laufe des Spiels werden neue Dekorationen freigeschaltet. Ja, wow. Jetzt soll ich nur noch Deko-Sachen kaufen. Okay. Finde ich, äh, ja. Dekoration. Wow. Die tollste Dekoration. Kaktus. Mmh. Ich liebe es. Einmal Kaktus zu kaufen. Okay, das warten wir noch ab. Und dann ist es für uns... Kann man speichern? Ah, Gott sei Dank, man kann ein Spiel speichern. Aber wie mache ich den Rotz da weg? Also... Ich könnte da mal Wasser vorbereiten, ne? Geht das? Fürs nächste Mal, wenn ich wieder Wasser benötige. Was macht er zurück, ne? Gut. Neue Aufgabe. Yeah. Dekoration. Auf den Tisch. Passt. Neue Aufgabe. Ach nee, komm, lass mal. Nicht schon wieder. Neue Aufgabe, neue Aufgabe, neue Aufgabe. Lass mal, lass mal, lass mal. So, wir speichern. Gespeichert. Und wir sehen uns am Morgen wieder bei Tavern. Äh. Tavern. Was? Wie heißt das nochmal? Scheiße. Sorry. Tavernen, Tavernen, äh... Tavernen... Ach hier, Tavernenmanager Simulator. Ich kam jetzt nicht drauf. Sorry, total peinlich. Ich weiß, ähm... Aber ist menschlich. So, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und genauso spannend fandet wie ich. Und wie ich sehe, haben die auch Dreck hinterlassen am Fußboden. Oh Gott. Was denn hier passiert? Ich hab die Fußböden vergessen. Zu putzen. Sorry. Hab ich nicht gesehen. Gut, jetzt hab ich's gesehen. Und wir haben, äh, ja... Wir haben natürlich ein Zweiertisch. Da ich ein bisschen... Nicht so geil finde. Äh... Wir haben jetzt fünf statt drei Plätze. Wir haben... Äh... Ja... Türe, die wir auf und zu machen können. Wir haben aus irgendeinem Grund so ein Säckchen. Und wir haben ein Bett. Wo wir schlafen gehen können. Gute Nacht. Ciao mit V. Ciao mit Ö. Und wir sehen uns am Morgen wieder bei Tavernen-Manager-Simulator. Tschüss. Euer Liesi-Schen. Hmm. Hahaha. Haha. Yu-Gi-Gi-Jos.